vielen dank liebe leute keine angst auch sie zu hause nicht umschalten ich werde jetzt nicht singen liebe coaches ich habe nicht gedrückt bekomme ich auch mal einen vierer buzzer von euch denn das ist die show in der show das ist die wunschbox die talente diese staffel die durften sich wieder was wünschen jetzt ist es soweit trommelwirbel Achtung liebe coaches ich wünsche mir dass ihr eure lieblingsfilmszene nach spielt und jetzt jeder einzelne alle zusammen oder jetzt einfach mal die regel so machen dass ihr euch zusammen jetzt eine lieblingsfilmszene überlegt wo ihr euch einig seid einfach komm bad boys was denn macht die augen zu wie macht die augen zu eine stufe eine stufe ja noch eine stufe ja dass die augen zu dass die augen zu ja was die augen zu okay streckt deine arme aus jetzt macht deine augen auf ja jetzt musst du sagen ich glaube ich fliege dann mache ich so oh gott das ist und jetzt küssen sie sich dankeschön dieser sketch ist toll gewesen falls noch keiner drauf kommen ist albro kommen wir zeigen noch kurz das ende der szene setz dich mal hier raus das wasser ist so kalt ich kann nicht ich kann das wasser so kann ja es geht nicht ich bin ja unter wasser ich kann ja worten ja dann kann ich mal bis zum nächsten rettungspunkt ich hab's wirklich noch nie so schön gesehen